Körner, hier ist Rettungsteam Charlie. Wir haben sie gefunden. Over. Sam. Der Helikopter bereit? Sam, es wird alles gut. Glaubt ihr, dass wir sie oben durch das Loch kriegen? Sie schaffen es schon. Ich hoffe, Körner und ihn auch. Schafft sie in den Helikopter. Der Körner hat innere Blutungen. Das wissen wir, Käpt'n. Machen Sie sich keine Sorgen. Er wird wieder gesund. General, sind Sie für uns durch das Sternentor gegangen? Nein, nicht ganz, Käpt'n. Weitere Mannschaften werden innerhalb von einer Stunde hier eintreffen, um das Areal abzusichern. Jawohl, Sir. Und jetzt beeilen Sie sich. Bringen Sie diese Leute nach Hause. damit sie sperrungen werden, irgendwie drehen Sie sich alle. Aber wir können alles, um die Fabrik Chrom taken raus. Und jetzt barren Sie sie oder für die Michelle. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020